Dann kommt die Nummer 68, Marco Helwig hat sich hier versteckt, ist auch ein Rookie, stattet das erste Mal hier als Aufsteiger in der Klasse 2. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Fahrer geht in die nächste runter, angeführt von der 66, vor der 88, vor der 68 und vor der 32. 38, vor der 68, vor der 68. Marcel Brünner erhält für seinen Lauf weitere Zugänge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020